Es gibt tatsächlich eine neue. Wir machen erstmal alle Emotes die wir können. Wir haben noch eine. Aber die muss glaube ich warten bis morgen. So, keine Emotes mehr möglich. Das haben wir. Okay, scheiß drauf. Wir machen es. Nächste Beziehungsquest von Theraine. Theraines Zuversicht. Let's go. Ich hoffe dieses Chaos ist bald vorbei. Sir Benath war mein Lehrer. Und wie ein Vater für mich. Aber klar. Liedertabbarkeit. Das haben wir auf jeden Fall einstudiert. Upsa. Falsch. Lutera hat viele gute Leute verloren. Ich dachte ich hätte die Stimme seiner Majestät Theraine gehört. Hast du ihn gesehen? Dämonen. Es ist ein Massaker. Dämonen. Es ist ein Massaker. Dämonen. 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 Falsch. Dämonen. endlich fand sagte ich ihm ich sei gerade erst angekommen ok freunde so ein zuversicht beziehungs quest auch erfüllt das war's für diese folge danke fürs zuschauen danke fürs mitmachen und wir sehen uns auf jeden fall in der nächsten folge oder rein schau schau